Vankeriaaaaa! Hallo... Es scheint alles in Ordnung zu sein! Ja, Selfie hat es geschafft. Obwohl die Raketen könnten trotzdem... Wir müssen Dr. Shit Bescheid sagen. Direktor Shit. Ach Gott, Jack. De Bibels, Jack. De Bibels. status reno nennen truppe serino austausch mit christisch jawohl und erwein mit sell kann ich ein zelt einsetzen vermutlich nicht stimmt ja stimmt stimmt tatsächlich wir haben jetzt aber noch eine gf gekoppelt mit selfie genau lösen alles ja 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 und das heißt wir koppeln noch was hat erwin gekoppelt schieber und quetzakotl und renoa hat gekoppelt brothers and siren dann geben wir erwin kabunkel so jetzt müssen wir mal gucken wie viel reflekt hat der 38 warte mal ich bin leicht verwirrt zauber cell hat nix mehr selfie ist mit dem team alles wer soll den zauber empfangen geht man das mal erwin selfie ok wer soll den zauber empfangen wie nur ok das dürfte gewesen sein schwert ist moderator das andere ist twitch prime das andere du musst mal drüber haben ich weiß es nicht genau schwert ist mod glaube ich ja schwert ist mod der stern ist ein subscriber also wenn jemand hier ein abo abgeschlossen hat für fünf euro im monat und die krone ist twitch prime weil wenn du amazon prime hast kannst du damit auf twitch spiele runterladen kostenlos und kannst kostenlosen sub vergeben hat die evakuierung schon begonnen findet direkt das egal ob lebendig oder tut so ich muss gerade mal plantgarten aufrufen gibt es hier schon den bus nähne doch da gibt es ein bus muss ich hier auch irgendwas achten mega portion ich krieg items ich weiß es noch nicht ich weiß es noch nicht los los fangt direkt aussieht den direktor 19 jahre 19 jahre holisch das ist hier los pro master oder prosit antworte pro master oder prosit frage ich verstehe nicht schwörst du deinen eid auf master nork was ist eigentlich los hier stelle ich die fragen schüler sollen nicht denken sondern kämpfen was guckst du du bist wohl prosit is man frase ganz let juan nork führt den gaben profit源 Ich bin ein wunderschöner Schmetterling. Wie wähle ich denn mit dem Irwin eigentlich die Munition aus und sowas? Oh, ich bin so cool. Guck mich an. Damage ist gut, gell? Sieben Stunden Kartenfarben. Sieben Stunden Kartenfarben. Das macht den Damage aus. Oh. Hallo. Bin ich jetzt wieder rausgele... Ja, natürlich. Oh, da vorne sind die zwei wieder. Hey, du bist mal zurück. Was ist hier los? Am Anfang sagten sie mal was von einer Seed-Jagd. Jetzt bekämpfen sich mal die Pro-Sids und die Pro-Masters gegenseitig. Konfusion? Grundunbekannt. Wir vom Ordnungsdienst finden das mal zum Heulen. Die ganze Arbeit war mal umsonst. Seed-Jagd? Was soll das heißen? Was ist mit Direktors Shit? Wir wissen mal da gar nichts. Wir müssen Direktor Shit etwas Wichtiges mitteilen. Hier ist es zu gefährlich. Raketen werden gleich einschlagen. Wir müssen mal fliehen. Morgen Community Stream mit Series Sam 2. Montag, keine Ahnung, ob da überhaupt was ist. Dienstag Andy, Mittwoch Raven King, Donnerstag Mick, wenn's Wetter mitspielt. Alleine fliehen ist mal feige. Wir müssen mal die anderen warnen. Es ist mal nicht die Zeit für einen Streit. Wir gehen den Direktor suchen. Aufpassen. Im gesamten Gebäude finden mal Kämpfe statt. Vorsicht vor den Pro Masters. Die machen mal Jagd auf Seeds. Und was seid ihr? Auf wessen Seite steht ihr? Seed oder Master? Wir sind mal auf keiner Seite. Wir sind mal sowieso Pro Kiffer. Okay. Auch R1 beim Angriff, okay. Kiffer ist auf der Seite der Hexe. Findet ihr das etwa okay? Status, Irwin. Ah, siehst du, Standardschuss, Schitter, 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 Schuss, Hyperschuss. Ich glaube, das ist sein Limit, vielleicht. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Gehen wir mal hoch. R1 beim normalen Angriff, okay. Probiere ich mal aus. Uh. Ich habe es probiert. Mein Timing stimmt wohl nicht. Durchsucht dieses Stockwerk. Shit muss irgendwo auf diesem Stock sein. Okay. Ah, die Looney Tunes spielen. Okay. Wo muss ich denn hin? Wo muss ich hin? Dieser Direktor Shit erscheint ja noch gute Männer zu haben. Es hat keinen Zweck. Ich hole die Monster. Äh. Zur Hilfe allem. Wir greifen ein. Ich bin pro Shit. Boah, was bist denn du? Was bist denn du für ein Süß? Äh. R1 im Menü, wenn... Ah, probiere ich mal Ausgleich. Hat einer von euch eine Lösung nebenher auf, der mir sagen kann, was ich überhaupt machen muss? Wo ich hin muss? Also wirklich. Kannst du aufstehen. Ich bin pro Master. Rede, kein Unfug. Du bist weder pro Master noch pro Shit. Du bist verletzt. Hey, Squall. Steh da nicht so blöd herum, sondern hilf mir. Die Kanzlerin. Pro Master oder pro Shit? Was für ein sonnbodenloser Unfug. Hm. Direkt nur Shit. Wie du siehst, ist er die Skier... Wo zum Teufel? Ja? Vielleicht weißt du schon etwas? Das ist die Frau Cole. Das ist die Frau Cole. Andererseits weiß ich auch nicht, wo Schuh steckt. Was willst du vom Direktor? Wahrscheinlich werden Raketen hier einschlagen. Fliehen sie lieber. Wie bitte? Ein Grund mehr die Stellung hier zu halten. Wenn ich nicht mehr hier bin, wie soll ich dann um die Verletzten kümmern? Die Frau Schrapplella lacht da so. Gibst du mir was? Squall, du brauchst bestimmt Medikamente. Elixier. Und tschüss. Grüße auf den Jack. Grüße zurück. Grüße zurück. Oh, hier ist aber schön. So süß. Ja, in Ballamp Garden geht's voll ab. Ich hab gedacht, das Ding fliegt irgendwann. Aber anscheinend ist das hier nicht... Wir haben nicht genug Einheiten. Grüße auch vom Herr Mendel. Grüße zurück. Grüße zurück. So, pass mal auf. Ich warte mal, bis der Irwin ausgewählt ist. Bam, bam, bam. Nein. Nein. Egal, was ich drücke. Nein. Ne. Geht nicht. Schatz, ich überziehe vielleicht ein bisschen. Kein Problem. Diablos beherrscht du ein HPK. Du bist satt. Okay. Schön. Das ist schön. Äh, Diablos, was lernst du als nächstes? Was lernst du als nächstes Treffer, K? So, Diablos hat gekoppelt das Squall. Ja. Äh, HP hat er aber schon. Feuer und Blitz. Alles klar. Alles klar. Raketen. Ich soll... Soll ich mal überlegen? Ich bin so verwirrt. Ach, ah. Das haut ab vor den Raketen. Aber die fliegen doch eh weg. Ich meine, wir haben die eingestellt, dass die genauso effektiv sind, wie die von Nordkorea. Das ist... Das kann sogar nicht funktionieren. Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Danke. Ich hätte jetzt... Ich habe jetzt eben schon wieder gedrückt und gerätselt und gemacht und getan. Alles mögliche. Hier scheint alles okay zu sein. Wer seid ihr? Hö, hö, hö. Äh, Prosit. Nein, Prosit. Habe ich doch gleich gewusst. Wer ist dieser Master eigentlich? Der Direktor hat allen Seeds ihre wahre Mission erteilt. Hier, nimm. Expotion erhalten. Ja, der Direktor ist nicht mehr hier. Aber wir wollen noch ein bisschen länger die Stellung halten. Okay, interessant. Also, was muss ich tun? Nee, Jack, alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Stufe 1 der Charts. Wo muss ich hin? Ihr seid Pro-Shit? Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü. Alarm, Alarm. Ins Klassenzimmer komme ich nicht hoch. Oh weh. Bombestimmung. Ein Angriff reicht. Aber nicht mit Rinoa. Die ist scheiße. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Null? Ah, der hat Feuer. Ah, der hat Feuer. Der hat Feuer drin. Oh weh. Oh weh, gleich macht's Boom. Oh, Glück ab. Das Squall hat ja Feuer drin. Ich komm wieder, keine Frage, euer Herr Mendel. Herr Mendel, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Danke für die Schützenhilfe. Der Direktor ist aber nicht hier. Wir haben Befehl, die Stellung zu halten und so zu tun, als sei er hier. Sie kommen mit Monstern. Wenn sie einen Großangriff starten, haben nicht mal wie Seeds eine Chance. Die Devise heißt, den Feind zerstreuen und ihn einzeln niederschlagen. Naja, war nicht mein Einfall. Muss schneller schneiden, Jack. Einfach schneller schneiden. Bei muss wahrscheinlich arbeiten, oder? Es war Schuh, oder seine Tochter ist da, glaube ich. Als das hier anfing, hat sie prompt das Kommando übernommen. Ah, die Schuh. Hey, ich kann noch weiter kämpfen. Direktor Shit ist nicht hier. Ah, nimm das. Hm, ob mein Bruder okay? Ist doch mir egal. Ich muss den Garten eh umrunden, okay. Gut zu wissen. Dann drehen wir ein Ründchen. Dreh da durch. Was zum Seid ihr Pro Shit? Ich könnte den Stream nicht mal beenden, ne? Ich kann nirgends speichern. Fällt mir gerade erst so auf. Ah, da, ein wunderschöner Schmetterling. Ich bin ein wunderschöner Schmetterling. Schatz? Kennst du das große Krabbeln? Ja. Komm mal her. Da ist ein wunderschöner Schmetterling. Das sieht doch so aus wie die Raupe. Tötet sie. Ja, okay. 30 Minuten. Oh, Jack. 30 Minuten Video von mir. Alter, das ist ja geil. Das wäre ja mal ultra geil. Ah, hier können wir speichern. Sehr schön. Gut. Sind wir hier schon mal sicher? Langeweilung, Gartenarbeit. Ja, das könnte aber ein sehr beruhigender Streamen werden, ne? Also ich würde schon sagen, dass das cool ist. Schon cool. Ah, komm, da hau mal ab. Da hab ich keinen Bock drauf. Vergift mich nicht. Vergift mich nicht. Vergift mich nicht. Ich bin eh schon viel zu hoch gelevelt mit dem Squall. Wollte ihn eigentlich niedriger halten. Egal. Es gibt übrigens ein Achievement, wenn du den gar nicht levelst. Kranker Scheiß, ey. Ja, wunderschöner Schmetterling. Uh, das ist ein Grändel, oder? Ey, ist denn dieser Nork? Was soll denn die Scheißen? Oh, der hat Doppel. Der hat Doppel. Kann nur die Renoir noch ziehen? Ja. Ja, ist auf jeden Fall besser. Zwar keine 60 FPS, glaube ich. Aber trotzdem besser. Wirst du einen riesigen Unterschied merken. Und was cool ist an der Playstation-Version ist, äh, der Polizeifunk kommt durch den Controller. Toller. Nork GF holen? Wo? Wo? Wo muss ich den Nork GF holen? Ah, der Old Fried. Bei Master Nork. Kommt noch keine Angst. Ja, ich hab nur Angst, dass ich ihn verpasst, dass ich ihn nicht direkt ziehe, oder sowas. Naja, keine Spoiler. Schon gut. Ne, wenn der Kyle sagt, keine Angst, und so. Danke, dass ihr übrigens drauf achtet, dass ich nicht zu arg gespoilert werde, oder so. Also, einen großen Spoiler weiß ich schon. Äh, aber ich sag nicht was. Aber eins weiß ich leider schon. Ist halt das Problem, wenn man sich mit Leuten über das Spiel unterhält, dann so. Und dann, ah, und dann das und das. Äh, okay. Ne. So, vielleicht kann ich doppelt auf den Damage legen, oder so. Das wär natürlich ultra nice. Wenn Rinoa irgendwas hat für Damage überhaupt. Aber ich bezweifle's schon fast. Ähm. Ähm. Koppeln, Rinoa. Doch, sie hat was für Damage. Koppeln, Zauber. Wo ist ein Doppel? Hier ist Doppel. Äh. Konfu ist tatsächlich das stärkste. Shitty fuck. Hat die Triple? Ne, ne? Ne, die hat nix. Scheiße. Na, ein bisschen eindringen. Da ist er doch. Direktor Shit. Oh. Haben sie mich getrollt. Was zum... Ist nur ein Hologramm. Sieht richtig echt aus, oder? Hey, nimm das. Würde ich schützen. Zelt. Direktor Shit ist nicht hier. Ja, ja, gut. Alles klar. Ja, ja, gut. So, wie viel Räume kommen denn noch? Zwei, ne? Ja, zwei. Dann gehe ich nach dem hier zurück ins Quartier und speichere nochmal. Besser ist das. Muss ich den kompletten Garten entlang? Übungshalle steht hier, ja. Übungshalle, okay. Das sind sie, die Pro-Shits. Das sind auch Unterstufler. Ja, Freshman. So ein Mist, ich konnte sie nicht in Sicherheit bringen. What the fuck. Ich werde mitkämpfen. Haha, der reißt ja seinen Maul ganz... Uh, wow. Ja, in den Sack. Voll in den Sack. Wer mich unterschätzt, würdest du es bereuen. Ich drehe nicht umsonst jeden Tag meine Runden. Ja, danke nochmal fürs Kopieren. Du kleiner Scheißer. Helfen. Wow. Holy fuck. Ich bin jetzt, ich bin jetzt euer Gegner. Bist du wohl ein Pro-Shit? Oh, oh. Dino. Ich widersetze mich, wem ich will. Und wann ich will. Hat er denn nicht irgendwie 10.000 HP oder sowas? Oh, das hat einen Böse erwischt. Oh weh, oh weh. Da geht er da und. Huba, huba. So toll. Oh, kabunkel, 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 was geht ab, was geht ab? Maniel, danke. Danke. Vielen Dank. Äh, kabunkel. Lernen. Zu Angriff K. Ja, mit eurer Hilfe. Danke, Squall. Ach ja, vielleicht hilft euch das. Mega Pille. Vielen Dank, Siez. Danke, Siez. Äh, Items. High Potion. Irwin. So. Wie was? Was muss ich koppeln? Was, 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 was? Was muss ich koppeln? Ist doch alles gut. Oder nicht? Ach, Skarbunkel? Stimmt. Ja, das ist doch mit, ist mit Irwin gekoppelt. Ist mit Irwin gekoppelt. Ist mit Irwin gekoppelt. Leveln die überhaupt, also kriegen die AP, wenn sie nicht gekoppelt sind, weil ich habe ja AP gekriegt für, äh, für, Karbunkel gerade. Ach, du meinst die, äh, Ability setzen? Äh, koppeln, Irwin. Koppeln. Ability. Nee, da ist nix drin. Da ist auch nix drin. Das sieht gut aus. Sieht alles gut aus. Ha, 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 ha. Ich weiß jetzt, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Zauber. Doch, nicht? Ach so, der hat das zu K gelernt, ne? Das heißt, wenn ich das Karbunkel rausnehme und das ihr gebe, kann ich Körper machen? Die Resist hoch. Und kann... Hier, ne, das hat er auch schon. Das hat er auch schon. Problem ist ja, dass mehrere gleiche lernen, ne? Aber so kann ich dann später alles auf die komplette Truppe verteilen. Ist das eigentlich so, dass ich am Ende, äh, mit allen sechs kämpfen muss? Am Ende, ja, okay. Das heißt, ich muss dann auch gucken, dass die alle gut ausgerüstet sind. Die Renoir macht mir echt noch zu wenig Damage. Das heißt, ich hab dann immer einen dabei, der wenig Damage macht. Der Angelo Stürm. Ab geht's. Okay. Also kommt noch einer in die Party mit rein, oder was? Siva und Ifrit. So, jetzt wird's interessant, weil... Bei Level Up, Stärke, Bonus, Plus, Eins. Soll ich das mit reinhauen? Macht der dann noch mehr Damage? Soll ich tun. Bye. So, ich spiele jetzt noch bis zum nächsten Speicherpunkt. Und dann mache ich Schluss. Ach, mit dem Squall mache ich ja gar kein Damage. Ja. Da wird er nur größer. Ich mache Schluss mit euch. Sehr schön. Erstmal eine Zigarette. Schatz, wollen wir uns nachher die Schokopizza machen? Nachher gibt es Schokopizza. Ist gut, ist lecker. Ich auch, Kyle. Der Jack hat ein Riesenvideo im Garten gemacht und will das auf 30 Minuten runterkürzen. Gell? Einer ihrer Lieblingschappels. Oh. Ja, kein Stress, Jack, wenn du lieber ins Programm schauen willst. Guck ruhig ins Programm, also ich bin dir da nicht böse, gell? Seid ihr etwa pro Shit? Also ich bin mit Vegas noch nicht warm geworden, ich muss mir das auch nochmal anschauen. Wobei ich es gerne benutzen würde, weil ich glaube, das ist ziemlich gut. Ich habe nur das Adobe Premiere Elements nutze. Ich habe nur die Basic-Funktionen drin. Jetzt habe ich Stärke plus 1. noch stärker. Puh, danke. Direktor Shit? Hier ist er nicht. Hi, Squall. Ich werde durchhalten, genau wie die anderen sieht's. Äh, hier ist für dich. Die Mega-Pille. Ja, ich habe gar nicht so viel bezahlt. Ich glaube, 13 Euro. Mit dem Music Maker dabei. Da war ein Humble Bundle, das war abartig. Oder 20 Euro. 30 Euro für alles. Magix Premium. Uhuuuuh. Schuh? Schuhidu? Und Schelfiii. 100 Euro. Ja, ja. Das scheißvieh lebt noch. Shotcut. Das ist aber nicht dieses professionelle Programm, was es mittlerweile kostenlos gibt, oder? Oder war das doch Shortcut, ich weiß es nicht mehr. Oben? Da kann ich nichts sagen für den Preis. Und Magix finde ich eigentlich ein super Programm, weil ich gerne Fruity Loops hätte ich gerne. Das soll auch sehr gut sein. Ach komm. Magix Music Maker. Kann ich nicht ins Klassenzimmer? Wieso kann ich nicht ins Klassenzimmer? Auf wessen Seite steht ihr? Auf keiner. Ich muss Direktor Shit-Meldung erstatten. Wo ist er? Ich werde es weiterleiten. Um was geht es? Galbaldianische Raketen könnten hier jede Minute aufschlagen. Hier? Verstanden. Ich werde es dem Direktor sagen. Wo ist der Direktor überhaupt? In seinem Zimmer. Er hat die Flucht nur vorgetäuscht. In Wahrheit ist er gar nicht weg. Und tschüss. Ich gehe voraus, folgt mir. Ja, okay. Der Direktor will genaueres wissen. Ich gehe zu den anderen und werde die Evakuierung einleiten. Der Squall-Trupp meldet sich zurück. Ich habe von den Raketen erfahren. Ich wollte gerade die Evakuierung einleiten, aber die Senderanlage scheint defekt zu sein. Shu, Raijin und Fujin sind unterwegs und warnen die anderen. Informieren Sie die übrigen und begeben Sie sich ebenfalls in Sicherheit. In Sicherheit? Ich habe einige Fragen an den Direktor und zu dem muss ich noch... Ich habe Ihnen etwas mitzuteilen. Wenn wir lebend herauskommen, können wir darüber reden. In Ordnung? Direktor... Haben Sie Einwände? Irgendwie schon. Was werden Sie tun, Direktor? Ich werde an meinen Posten bleiben. Das hier ist wie mein Zuhause. Robin Williams. Das dürfen sie nicht, Shit. Den Garten kann man wieder aufbauen. Aber sie kann man nicht ersetzen, Shit. Das geht doch 100 Pro in die Hose. Das geht doch 100 Pro in die Hose. Nein, halt, stopp. Das geht doch 100 Pro in die Hose. Bitte missverstehen Sie mich nicht. Ich möchte nur etwas ausprobieren. Vielleicht können wir den Garten retten. Oh, der ist schwach. Was will er denn jetzt noch tun? Ah, ich bin wohl zu alt dafür. Was haben Sie vor? Vielleicht kann ich helfen. Warum Sie? Weil der Direktor es wahrscheinlich nicht schafft. Ist das alles, weil ich nicht weglaufen will, weil mir dieser Ort wichtig ist? Es gibt tausend Gründe, weil ich an eine Lösung glaube, weil dies auch mein Zuhause ist. Dies alles empfinde ich gerade. Ich will das nicht einzeln erklären. Meine Gefühle spielen jetzt keine Rolle. Genau wie Quistis es mir berichtet hat. Ihre Gedanken ordnen, sie anderen mitzuteilen. Ihre Gedanken ordnen und sie anderen mitzuteilen scheint wohl nicht ihre Stärke zu sein. Sowas nervt einfach. Worüber reden wir eigentlich? Etwa über mich? Direktor, was müssen wir wo an welchem Ort machen? Dieses Gebäude war ursprünglich ein Schutzbunker. Er wurde später zum Garten umgebaut. Mit diesem Schlüssel entriegeln Sie den Aufzug. Wenn Sie das Schloss entriegelt haben, gehen Sie in die MD-Ebene. Die unterste Etage der MD-Ebene soll eine Steuervorrichtung stehen. Sie soll eingebaut worden sein, als dies noch ein Bunker war. Ich habe sie noch nicht gesehen, auch weiß ich nicht, wofür sie gut sein soll. Diese Vorrichtung wurde zusammen mit dem Bunker gebaut. Vielleicht kann ich sie was gegen die Raketen ausrichten. Ich setze meine gesamte Hoffnung auf diese Apparatur. Ja, ab geht's. Ich habe verstanden. Ich werde die MD-Ebene hinuntergehen und die Vorrichtung in Betrieb nehmen. Ich verlasse mich auf C-Squad. Let's go. Der Glitch war gut, gell? Der ging in die Hose. Da guckst du die Rakete. Hä? Geil, wir stecken fest, oder was? Es gibt doch bestimmt irgendwo einen Ausgang. Keine Reaktion. Ich will hier nicht enden. Uh. Scroll, los geht's. Die Ebene war lange Zeit unter Verschluss. Passt also auf. Oha. Guck mal, wo mein Kopf ist. Oh. Direkt unterm Rock. Ssst. Sssst. 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 Das ist unser Geheimnis. Unterm Rock. Hopp, mach auf Ja Die Ölebene Hier sind Gegner, die schwach gegen Hitze sind Wenn man Hitze zauberkoppelt, werden die Kämpfe leichter Ja, haben wir Ja, ja, ja Das ist schon klar Ich weiß Bescheid Gehen wir Ach, Check Da, schon wieder Schon wieder Kann ich irgendwo Speichern Dreh am Rätschen Ja, ja Zehn Sekunden lang rapide auf X drücken, um den Hahn zu öffnen Beginnen, wenn dieser Text verschwindet Fehlgeschlagen Ja Ja Drücke ich den falschen Knopf Was? Fehlgeschlagen Ach nee Muss ich jetzt andere Sachen noch drücken? Was ist denn das? Ich hab da nicht drauf geachtet Oh, endlich 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 Bebe, bebe, bebe Kann ich da jetzt durch? Ach, Spiel Muss ich da überhaupt durch? Hallo Vielleicht muss ich auch wieder raus? Ich hab das Gefühl Ich hab das Gefühl, ich muss auf die andere Seite Ach Gott, diese Steuerung Muss ich jetzt wirklich runter? Achtung Der Kopf Da hier Hier, da Ja Und sieh bei ihm Erzengel Alles gut Zwölfmal Heiligspäschle Oha Der ist böse Achtung Feuer Damage Ach 7300 Keine Ahnung Keine Ahnung Seele der Toten Quetzakoddel Beherrscht Magie Plus 20% Oh, das ist schön Äh Wer hat denn das gekoppelt? Irwin? Ja Hat ja gar keine Magie drin Ich lass Körper drin Eine Sackgasse Wie? Schon wieder eine Leiter? Wo soll das hinführen? Noch over the dip Ja Da ist ein Raum Squall Was denn jetzt? Ich würde gerne langsam Schluss machen, aber Äh Erstmal weitergehen Ja Ja Zutritt hoch Muss ich jetzt alleine? Sollen die Scheiße Oh weh? Oh weh Das hab ich echt gut hingekriegt Der Gang ist eingestürzt Okay Äh Ich nehm sie So Ist dir nichts passiert? Ja Hey Diesmal war's doch richtig knapp, oder? Äh War ein wenig knapp Das war knapp Denk ich mal Aber das ist jetzt egal Wir müssen diesen Garten vor den Raketenschützen Reden können wir später Und ab geht's Och ne Jaja du bist Bess Wir wissen's alle Du bist ein übler Motherfucker Geht er schon down Da geht er schon down Hopp Ich hab noch was vor heute Abend Äh Da wieder die Leiter Speicherpunkt Okay So Dann würde ich sagen Mach mal hier Schluss Und ich bedanke mich fürs Zuschauen Ging länger wie gedacht Ja Das war's für heute Und Eventuell geht's Am Montag weiter Und nicht vergessen Morgen Nachmittag So irgendwann zwischen 5, 6, 7 rum Ähm Würde ich gerne Community Stream machen Also Beim Mick geht Serious Sam leider nicht Aber beim Jack und beim Kai Wär cool wenn ihr Bock drauf habt Ne Bis dann Leute Tschüss All Z Am Untertitelung des ZDF, 2020